Raben von Arno Marx In einem harten Winter hatten sie sich kennengelernt. Ohne Vorstellung hatten sie gleich gefühlt, dass sie zusammengehörten. Wenn er auch einen schwarzen Rock trug und sie eine nebelgraue Robe mit schwarzem Schulterkragen. Schon ihre Mundart hatte so viel Verwandtes, wenn er auch Rabenkrähen-Sächsisch sprach, wie es in der Elbaue üblich ist, und sie den Nebelkrähen-Dialekt der Lausitz. Die vielen Saatkrähen, in deren Gemeinschaft sie sich durch den Winter schlugen, hatten eine ganz andere Sprache. Zwar ihr Schnabel war länger, spitzer und feiner, aber ihre Stimme war rau und grob, wenn sie nicht in Fisteltönen überschlug. Manchmal gesellten sich auch Dohlen zu ihrer Schar. Bei den Wanderungen waren sie dann an der Spitze, und ihr Tja-Tja gab den Weg an. In einer so gemischten Gesellschaft gab es natürlich oft Zank und Streit. Da hatte eine alte Saatkrähe mit grindigem Schnabel eine Maus gehascht. Doch die anderen Mitglieder der Gesellschaft suchten sie, ihr abzujagen, unter viel Geschrei und Gekrächts. Bei den dampfenden Dunghaufen auf dem Feld ging es friedlicher her. Da war für alle genug zu fressen, ob es nun halbverdaute Haferkörner waren oder ein Heringskopf oder Wurstschale. Nur besonders große Bissen erregten dann den Neid und die Streitlust der anderen. Auch die beiden echten Raben, die Nebelkrähenjungfrau und der Rabenkrähenjüngling, mussten zunächst manchen Bissen an neidische Gefährten abtreten. Bald aber merkten sie, dass eigentlich doch ihre Schnabel die kräftigeren waren, und nun machten sie selbst oft erfolgreich Jagd auf fremde Bissen. Ein besonderes Freudenfest war es für die Raben, wenn ein Stück Fallweg gefunden wurde oder wenn Reinicke Langschwanz, der Fuchs, einen Hasen gefangen hatte und ihn nun der Dickung zuschleppen wollte. Hei, das machte Spaß, ihm in jen Schwung einen Hieb zu versetzen, bis er verschüchtert seinen Raub im Stich ließ und vor den lärmenden Galgenvögeln die Flucht ergriff. Dann füllten sich die Raben Kropf und Magen, bis nichts mehr hineinging. Die Saatkrähen zupften und schlangen wohl auch, aber ihre Kost war das nicht. Denen waren die Körner an der Fasanfütterung viel lieber, wenn auch dort manche nach einem wundersam rauchenden Donner in den Schnee stürzte. Dann kam gewöhnlich ein Mann aus dem Fichtendickicht mit einem langen Ding in der Hand, nahm die Geschossene und ging seiner Wege. Dann war laut krechzendes Wehklagen in der Luft, aber lebendig wurde der Gefährte nicht wieder. Danach war die Fütterung einige Tage unheimlich und wurde gemieden. Aber ein anderer reicher Ersatz bot sich dar. Am Waldrande lag ein Rehkitz, das der Fuchs schon lange angegangen hatte. Die Bauchhülle war geöffnet und den Krähen der Weg zum Male leicht gemacht. Unter den spitzen Nebeln schmolz das Wildbrett ganz gehörig zusammen und nur wenig blieb übrig für den kommenden Tag. Am anderen Morgen war der Rest noch da und eilig machten sich die Saatkrähen ans Mal, während die vorsichtigen Raben erst von der oberen Fichte aus Umschau hielten, nach dem gefürchteten Grünrock mit der Donnerbüchse. Auf einmal ertönten laute Schreckensrufe von dem am Ase beschäftigten Verwandten. Einer der jungen Saatkrähen ist soeben beim gierigen Male tot umgesunken. Strichnien hatte der Förster auf das bloßgelegte Fleisch gestreut. Jetzt beginnt es zu wirken. Schon liegen zwei weitere zuckende Opfer auf dem Schnee. Entsetzt versuchen alle anderen zu empfliehen, aber manche stürzen noch in den Schnee. Furchtbar ist die Wirkung des giftigen Fleisches im Magen. Ein Dutzend der betrogenen Krähen fallen nach wenigen Flügelschlägen zu Boden. Einige vermögen sich noch bis zu den nächsten Bäumen zu flüchten. Die Überlebenden aber suchen krächzend das Weite. Gar harte Tage folgten. Endlich schien die Sonne wärmer. Aber die ersten Tage der Schneeschmelze brachten neue Entbehrungen für den Krähen-Schwarm. Der Schnee wurde zäh und nass. In der Nacht frohr er zusammen und es machte große Mühe, die harte Kruste zu durchbrechen. In diesen Tagen war die Landstraße mit dem Pferde dunkst stark besucht. Sogar in die Nähe der Häuser wagten sich die hungrigen Schwarzen und schlangen die Schweinsborsten und die Hautfetzen gierig herunter, die vom letzten Schlachtfest an der Missstelle lagen. Doch die Not, wie ich einem wahren Fest male, als Tauwetter kam und allerorts Hochwasser auf dem Wiesn stand. An der Wassergrenze waren Schnecken und Käfer in Hülle und Fülle angetrieben und mit wohlgefüllten Kröpfen flogen die Krähen an diesem Abend nach ihren Schlafplätzen. Am anderen Tage wurde es noch besser. Das Wasser war zurückgetreten und in den zahlreichen Pfützen auf der Wiese waren hunderte von kleinen Weißfischen zurückgeblieben, die den Küchenzettel wesentlich bereicherten. Die schlimmste Zeit war nun überstanden. Nach einigen Wochen kehrten die Stare aus dem Winterquartier zurück und mischten sich unter die Krähen scharen. Das war das Zeichen, allmählich in die Brutplätze einzurücken, um zu sehen, was der Winter für Schaden an den Nestern angerichtet hatte. Die Nebelkrähe und der Rabenjüngling trugen sich mit Abschiedsgedanken. Sie zog es mit Gewalt ostwärts, wie sie sagte. Er aber wollte in seiner Heimat bleiben, um hier ein Weib zu freien. Am liebsten wäre ihm ja seine Gefährtin als Gattin gewesen. Trug sie auch ein anderes Kleid, sie war doch eine Artgenossin und in den gemeinsam überstandenen Gefahren hatte er hinreichend Gelegenheit gehabt, ihren Charakter zu beobachten und sich in sie zu verlieben. Im gewandten Flugspiel durch Augen verdrehen und Bauchrednereien machte er ihr also ganz nach Rabenart seine Wünsche klar. Und er fand Gehör. Ihre Absicht zu ziehen war nicht zu ernst gewesen. Sie neckte sich mit ihm im Fluge, sie ging mit ihm zur Nahrungssuche aus. Ja, sie duldete es sogar, dass er sich auf dem Schlafbaum an sich schmiegte oder ihr zärtlich die Kopffedern kraute. Unter Necken und Spielen trieb sich das Pärchen umher, strich einmal nach dem Wald, dann wieder suchte es die Feldgehölze ab, bis es schließlich eine hohle Erle am Bachufer für geeignet zur Anlage des Horstes hielt. Hierhin schleppten die Krähen zunächst starke, dann schwächere Zweige und bauten eine feste Unterlage. Dann kam Gräser und Würzelchen an die Reihe und innen wurde das Kunstwerk mit Wildhaaren weich und warm ausgepolstert. Die Raben waren nicht wenig stolz auf ihren Bau, frohlockend umkreisten sie ihn und riefen von der Spitze des Nestbaumes ihre Freude in die Welt hinaus. Das war sehr unklug gehandelt, das sollten sie bald merken. Am Abend saß die Nebelkriehe im Nest, um sich immer ein wenig an das unbequeme Sitzen zu gewöhnen. Bald würden ja die Eier kommen und bebrütet werden müssen. Da hörten sie unter sich leise Schritte. Vorsichtig lugt sie ein wenig über den Nestrand und erschrickt zu Tode, als sie den grünröckigen Mann mit der Donnerbüchse heranschleichen sieht. Mit einem kühnen Satz wirft sie sich aus dem Neste, schwenkt zweimal kurz um Baumkronen herum und rettet glücklich ihr Leben. Der nachgesandte Schuss wirft nur einige Birkenzweige zu Boden, aber es tönt noch ein Doppelschuss, dem Neste hat es gegolten. Und am Morgen kann sich das Krähenpaar überzeugen, dass sein Kunstwerk zerfetzt und unbrauchbar in der Erle hängt. Und dabei ist das erste Ei banal ausgebildet zum Ablegen. Rastlos streichen die beiden Krähen umher und finden schließlich in einem kleinen Feldgehölz auf einer hohen Kiefer einen vorjährigen Horst. Hier sind im Vorjahre glückliche Jungen großgebracht worden. Noch liegen ja die Schuppen der Federspulen im Neste. Eilig wird etwas Inneres ein wenig mit Haaren ausgepolstert und nach zwei Tagen ist glücklich auch das erste Ei gelegt. Gebührend wird das grün-gelbe Kunstwerk mit den dunkleren Flecken vom Herrn Gemahl befundert und gemeinsam gehen beide Gatten hinaus aufs Feld, um als Frühstück einige Engerlinge hinter dem Fluge des Landmannes aufzulesen. Eine Woche vergeht und schon ist das Gelege vollständig und Frau Krähe muss eifrig brüten. Da wird die Zeit gar lang. Doch der Gemahl kommt von Zeit zu Zeit mit Futter und sucht die Gattin zu zerstreuen, die ihn unter Flügel zittern und krechzenlauten willkommen heißt. Wohl zwanzig Tage mögen bei dem Brutgeschäft verstrichen sein, da zeigen eines Morgens die Eier kleine Pusteln. Die Schale ist aufgewölbt und auf den kleinen Huckel fährt ein Loch in das Ei hinein. Die Jungen sind am Ausfallen. Endlich hat eins durch kräftiges Picken die Schale zertrümmert und hält unter Beihilfe der Alten sein Eintritt in die Welt. Man kann nicht sagen, dass es das Licht der Welt erblickt, seine Augen sind noch zugewachsen. Bläulich schimmern sie an den Seiten des Kopfes durch die Haut. Ein schnurriges Ding ist so ein frisch geschlüpfter Vogel. Der Kopf ist mächtig dick und baumelt an einem langen, dünnen Halse. Der Schnabel ist noch recht kurz und weich, nur der kleine weiße Fleck an der Schnabelspitze, der Eizer, ist hart. Eine unförmige Blase bildet den Leib. Noch ist das Brustbein, an dem später die starken Flugmuskeln ansetzen, kurz und schwach. Noch wird es ja nicht gebraucht. Aber der Darm ist gut entwickelt und schimmert durch die Bauchwand. Fünf dieser kleinen Scheusielchen hocken am Abend unter dem wärmenden Bauchgefieder der Mutter, die von Zeit zu Zeit einen liebenden Blick auf ihre hoffnungsvollen Sprösslinge wirft. Auch der Herr Papa ist voller Wonne über die reizenden Kleinen und es ist ihm eine angenehme Pflicht, die Gattin auf kurze Zeit abzulösen, damit sie sich ein bisschen Bewegung machen und am Bache den Durst stillen kann. Am anderen Tage beginnt das Füttern. Immer muss abwechselnd eins der Eltern wärmen, das andere Futter suchen. Sie überbieten sich gegenseitig in Liebe gegen ihre Brut. Kein Engerling, keine Raupe scheint ihnen zart genug für den kleinen Magen, doch denen scheint es mehr um die Menge zu tun zu sein, als um die Zartheit. Sie werden gar nicht müde, immer aufs Neue den gelben Rachen aufzureißen und ihn auf zinternen Halse den Ernährern entgegenzustrecken. Bei so viel Gefrißigkeit auf der einen und Fürsorge auf der anderen Seite macht die körperliche Entwicklung der Kleinen riesige Fortschritte. Mit besonderer Freude wird das erste Öffnen der Augen, dann der erste Schrei, das Sprießen der Federn, das Üben der Schwingen von den Alten begrüßt. Der Unterricht tut das Seine und eines Tages sitzt die junge Gesellschaft aneinandergedrängt auf einem waagerechten Aste der Kiefer und glotzt mit ihren blau-schwarzen Augen die Welt an. Dass sie einer gemischten Ehe entstammt, sieht man auf den ersten Blick. Keins ist eine echte Nebelkriehe, keins trägt aber auch ein Rabenkriehenkleid. Das eine gleicht zwar fast völlig der Mutter, aber auf dem grauen Kleide sind wie Tintenspritzer schwarze Federn verteilt. Das andere wieder gleicht dem Vater ziemlich, aber die schwarzen Federn sind grau gesäumt und der Bauch sieht völlig grau aus. Hübsche, starke Kerle sind es allesamt. Und das ist kein Wunder, sie haben gar nahrhafte Bissen bekommen. In der Fasanerie gleich beim Dorfe ist alle Tage großer Lärm. Wacholder drosseln, schnackern, Amsel warn, Zaunkönige zetern. Kommt man da näher, dann sieht man in eiligem Fluge eine Krähe verschwinden. Einige leere Eierschalen verraten, was sie hier getrieben hat. Mag der Förster auch eilen mit seinem Schießprügel, er kommt gewiss zu spät. Er weiß nicht, wie es kommt, aber immer sieht er gerade den Störenfried noch wegfliegen, wenn er auch noch so leise und gedeckt sich herangepirscht hat. Er weiß ja nicht, dass in der hohen Fichte, die den Plan beherrscht, ganz oben im Gipfel der andere Kriegengatte sitzt und aufpasst. Dessen Abstreichen ist stets das Zeichen zur eiligen Flucht für den anderen. Und doch ereilte an einem Tage die ganze Familie der Tod durch das rächende Blei. Des Försters Sohn kam in die Ferien und hatte, durch den nötigen Überschuss an freier Zeit unterstützt, binnen zwei Tage das ganze Geheimnis erforscht. An die hundert Schritte von der Fichte entfernt, setzte er sich auf die Lauer, während der Förster unter dem Baum mit den Jungenkrien ein Versteck bezog. Die Geduld der Jäger wurde auf keine allzu harte Probe gestellt. Das Pärchen kam, er flog auf die Fichte, sie auf die Suche nach Eiern. Wie ein Peitschenknall tönte die Fernrohrbüchse des Förstersohnes und wie ein nasser Sack fiel der Schwarze zu Boden. Nach wenigen Minuten dröhnte vom Feldgehölz der Schrotschuss, der die Graue und zwei Junge tötete. Einige weitere Schüsse kündeten das Ende der überlebenden Jungen. Hallo, ihr Lieben! Träumt ihr von einem ganz besonderen Märchen, das Eure Herzen verzaubert und Eure Fantasie entfacht? Dann seid ihr hier genau richtig. Denn ich biete Euch die einzigartige Möglichkeit, Eure persönlichen Wünsche und Vorstellungen in die Welt der Märchen einzubringen. Ob Ihr Eure Kinder oder Enkelkinder als Helden oder Heldinnen in einem märchenhaften Abenteuer sehen möchtet, oder ob Ihr Euch nach einem ganz bestimmten Märchen sehnt, das Euch seit langem im Herzen begleitet, ich bin hier, um Eure Träume wahr werden zu lassen. Über eine Spende für meinen Arbeitsaufwand würde ich mich sehr freuen. Dieses individuelle Märchen wird speziell für Euch geschrieben und Eure Wünsche und Vorstellungen werden liebevoll in die Handlung eingewoben. Bitte zögert nicht, mir Eure Wünsche mitzuteilen, sei es hier in den Kommentaren oder per persönlicher Nachricht. Gemeinsam können wir Eure ganz persönliche Märchenreise beginnen. Eure Träume sind der Schlüssel zu einer märchenhaften Welt voller Magie und Abenteuer. Lasst uns gemeinsam in diese Welt eintauchen und unvergessliche Geschichten erschaffen. Eure Märchen-Umi weil die ganzen Welt riecht stehrende über die sed said. Wie wir schon einmal in der Welt, Vielen Dank.